Also alles im Leben hat einen Preis und die Frage ist immer, welchen Preis man selber zahlen möchte, um das zu machen, was man möchte. Den Preis beispielsweise, den ich momentan zahlen muss, um so auszusehen, wie ich aussehe und so drauf zu sein, wie ich drauf bin, ist einfach viele Dinge nicht zu machen. Also so gern ich das habe, mit Menschen rauszugehen und einen Burger zu essen und das Leben mal zu genießen und in Urlaub zu fahren und die Seele mal baumeln zu lassen oder fotografieren zu gehen und durch Skandinavien zu fahren und dies zu machen und jenes zu machen, beißt sich damit jeden Tag in der Garage zu gehen. Das beißt sich, das funktioniert nicht, weil du gewissermaßen für dich selber oder sagen wir mal so für mich, also es gibt eine Prioritätenliste und an die hat man sich zu halten. Also ich zum Beispiel verbinde mit Reisen sehr viele schöne Dinge, aber auch sehr viele negative Dinge. Also mit Reisen verbinde ich zum Beispiel schlechtes Essen, also schlecht essen im Sinne von super viel essen, die ganze Zeit unterwegs, super viel Stress an der Hacken, immer schlechte Laune, fast immer tilt und das geht nicht so, das ergibt keine Harmonie, weißt du? Da ist immer die Frage, möchte man diesen Preis zahlen oder möchte man ihn nicht zahlen? So, mein Preis, den ich jetzt gezahlt habe, war oder ist seit zweieinhalb Jahren nur meinen eigenen Scheiß machen und mein eigener Scheiß bedeutet aufstehen, in der Garage gehen, duschen, essen, arbeiten, essen, schlafen gehen, aufstehen und das mache ich seit drei Jahren. Was wirklich sehr schöne daran ist, dass ich damit mit mir selber im Einklang bin. Ich bin nicht mehr tilt oder super gestresst oder fühle mich so, als wenn ich immer fetter wäre, das war früher der Fall, heute nicht mehr. Und den Preis, den ich dafür zahle, ist, ich gehe halt einfach nicht fotografieren, als Beispiel. Ich gehe nicht ins Kino, ich gehe nicht großartig irgendwo essen, ich muss mit Menschen darüber nicht diskutieren, warum ich das nicht machen möchte. Ich liebe gerade das, was ich möchte. Also nur als Beispiel jetzt, vor, ich würde mal sagen, drei oder vier Jahren hätte ich mir das zu Herzen genommen, wenn Leute jetzt mit den Veränderungen, die gerade stattfinden, nicht klargekommen wären. Und hätte wieder zehnmal hin und her überlegt, das nicht zu tun, um mich nicht weiterzuentwickeln. Heute ist mir das egal, weil entweder, also wir sind ja an einem Punkt bei Frist oder Stirb, weil hier geht es um mich und nicht um dich. Auch wenn wir eine gewisse Beziehung pflegen von, du bist quasi mein Kunde als Zuschauer und ich sollte dich eigentlich happy machen. Auf der anderen Seite machst du nicht neun Jahre denselben Bums, wenn du nicht dabei irgendwie ein bisschen happy sein möchtest. Irgendwann, und das sieht man ja, denke ich, bei einigen Content-Creatoren, kriegen die einfach einen Pfeil im Kopf, weil das einfach viel zu viel wird irgendwann. Und nach jetzt so vielen Jahren ist, glaube ich, nee, nicht das glaube ich, sondern ist seit sehr vielen Jahren das erste Mal, dass das für mich ein ausgeglichenes Leben ist. Also gehe ich einfach nicht fotografieren oder reisen, weil, und das kommt auch noch dazu, es ist schön zu reisen und es ist toller Content und das ist alles prima. Auf der anderen Seite, als Prioritätenliste kommt ja auch irgendwann mal dazu, dass du mal was fürs Alter machen musst. Und ich war leider sieben Jahre nicht clever genug, mit meinem Geld vernünftig zu wirtschaften. War ich nicht. War ich nicht und ist auch kein Geheimnis. Und das muss sich ja irgendwo auch nochmal ändern. Also geht das ja auch in der Prioritätenliste immer weiter nach oben. Weil du willst ja nicht mit 60 da sitzen und 60 sein, dir den Buckel krumm gemacht haben und dann über, sagen wir mal, eine Episode, nehmen wir jetzt einfach mal 30 Jahre, 30 Jahre deinen Traumjob gemacht zu haben, aber es hat sich für dich einfach nicht rentiert. Also rentiert, dass du im Alter in Ruhe davon leben kannst oder leben kannst. Ich glaube, da ist das Denken von einigen Menschen immer ein bisschen anders. Menschen denken immer sehr kurzfristig. Also was heißt immer? Das stimmt so nicht. Einige Menschen denken immer, also einige Menschen denken kurzfristig. Und da geht es von, okay, ich denke jetzt auf eine Woche gerechnet oder auf einen Monat gerechnet. Bei mir ist es halt so, ich rechne schon 20 Jahre im Voraus. Also nicht so, dass jetzt diese 20 Jahre für mich so relevant sind, dass ich jeden Tag nach diesen 20 Jahren lebe. Nur wenn ich jetzt daran denke, kaufe ich mir jetzt für meine Kamera ein neues Objektiv. Oder gehe ich auf eine IRL-Tour für 3000 Euro, wo ich nichts verdiene am Ende, was nicht schlimm ist, weil der Investor rein sehr schön ist und Spaß macht. Und wir mit Plus Minus Null rausgehen einmal im Jahr. Oder ich sage mir, ey, pass auf, die 3000 Euro, die du da reinstecken würdest, die kannst du dir über das Jahr weglegen und kannst davon was Sinnvolles machen, dass du das irgendwann mit 60 machen kannst. Also ich habe ja auch immer noch die Möglichkeit, dadurch, dass ich jetzt so viel Sport mache beispielsweise und mich gesünder ernähre, gehe ich halt ganz stark davon aus, dass ich mit 60 immer noch fit sein werde. So, also kann ich ja mit 60 immer noch mal, da kann ich dann vielleicht sogar drei Monate, vier Monate wegfahren. So, also warum soll ich mir auf einen Zeitraum von einem Monat oder zwei Monaten oder sechs Monaten mein Glücksbarometer auffüllen, wenn ich das in den nächsten 20 Jahren alles auffüllen kann und dann einfach 20 Jahre Hallodreh machen kann. Und so ist halt für mich dieses Fotografieren gehen oder IRL-Touren machen oder, oder, oder fällt halt weg, um meine Ziele für später zu erreichen. Und dann kommt etwas Spontanes, Unvorhergesehenes und alles läuft durcheinander. Naja, also es gibt so eine schöne Weisheit. Alles, was du beeinflussen kannst, kannst du kontrollieren und auf dich zuschneiden. Alles, was von außerhalb kommt, von anderen Menschen, kannst du nicht kontrollieren. Und deswegen konzentriert man sich ja auf das, was man selber kontrollieren kann. Also ich kann, ich kann zu mir sagen, jeden Morgen aufstehen, Sport machen gehen, essen, arbeiten, ist meine bewusste Entscheidung. Die mache ich für mich, nur für mich, ohne dass jemand Drittes da ist. Und das wird mir auch niemals jemand wegnehmen können. Also du kannst vor, ich sag mal, 11 Uhr bei mir versuchen anzurufen oder sagen wir mal halb 10, du wirst keine Antwort kriegen. Außer da ruft jemand an, wo ich weiß, dass es sehr, sehr wichtig ist. Dann kann man das machen, ne? Aber diese Einflüsse von außen, die du nicht beeinflussen kannst, die können passieren. Das hat aber trotzdem keine Auswirkung auf dich und auf das, was du machst. Also live your life to the fullest. Und es gibt ja super viele verschiedene Ansichten diesbezüge. Es gibt diese ganzen YOLO-Geschichten, wo Leute sagen, ey, ich verdiene jetzt meine Patte und raus damit. Und das ist auch vollkommen fein und vollkommen in Ordnung, wenn Menschen das machen. Weil jeder für sich selber entscheiden muss, was er machen möchte. Und das ist auch gut so. Es ist völlig fein, wie du deinen Tag einteilst. Es ist völlig fein, wie andere Leute ihren Tag einteilen. Und das ist auch überhaupt nicht wild oder in irgendeiner Form vorschreibend gemeint. Für mich persönlich habe ich das aber so entschieden, wie ich das gerne machen möchte. Und jeder Mensch ist ja anders glücklich. Also es gibt Menschen, die müssen sich fünfmal am Tag einen runterholen, damit die so viel Dopamin ausschütten, dass sie einigermaßen happy sind und in der Spur laufen. Dann gibt es Leute, die müssen am Tag zwei Liter Kaffee saufen. Dann gibt es andere Menschen, die gehen gerne 15 Kilometer am Tag laufen. Dann gibt es andere Leute, die wollen einfach nur auf dem Sofa sitzen. Dann gibt es Leute, die wollen einfach eine Stunde abends durch die Stadt fahren mit dem Auto und eine OKF drehen. Jeder hat ja einen anderen Weg, sich selber glücklich zu machen. Und das kann ja jeder so tun, wie er möchte, solange es im Rahmen der Gesellschaft, also Gesetze ist, kann das jeder so tun, wie er möchte, solange kein anderer dabei zu Schaden kommt. Schränkst du dich jetzt damit bewusst ein? Also verzichtest du auf etwas, was du jetzt gerne machen würdest? Nee. Ich möchte genau das jetzt gerade machen, ja. Ich möchte das genau jetzt gerade machen. Ich möchte nicht fotografieren. Ich möchte in eine Garage gehen oder ich möchte, weiß ich nicht, 50 Kilometer Fahrrad fahren gehen. Genau das möchte ich jetzt gerade machen. Das ist ein Lebensabschnitt in meinem Leben, den ich jetzt gerade gerne machen möchte. Und ich wünsche mir, ich hätte es 15 Jahre früher gemacht. Aber ich muss erst mal Vergangenheits-Dizzy, der sieben Jahre Quatsch gemacht hat, ich muss das erst mal kompensieren. Ist halt einfach so. Das muss ich leider erst mal noch ein bisschen kompensieren. Also, ich wünsche mir, ich werde es nicht ganz schön kompensieren. Das muss ich Ihnen geben.